So, heute machen wir mal eine Werbeperle on the run hier aus Griechenland und was gibt es besseres als Werbeperlen, die direkt am Tisch stattfinden? Und hier haben wir heute eine Original Gyros Pitta aus Naxos. Erstmal der Preis ziemlich sensationell, der hat 2,80 Euro gekostet und allein das Heineken, ganzer Liter hier, halber Liter Heineken, hat ein Vielfaches von dem gekostet, exakt 3,90 Euro und das Ding ist einfach mega. Schaut euch das an, mit so ein bisschen Pommes, mit Tomaten, Zwiebeln, Gyros Fleisch, was man hier übrigens auch in verschiedensten Sorten bestellen kann. Es gibt hier Chicken Gyros und das normale Pork Gyros oder Gyros aus Beef, das ist dann aus Rindfleisch gemacht, je nachdem wie man will, kostet nicht viel und ist eigentlich genau das Richtige für so einen kleinen Mittagssnack. Guten Appetit!